Die Musical Kids feiern in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum. Leider muss auch in diesem Jahr die Oster-Turnier wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Aber es gibt einen Ersatz. Die Musical Kids präsentieren das Online-Musical Die Gefährten. Unser Online-Musical-Projekt an Ostern. Drei Jahre lang waren sie mit Jesus unterwegs. Sie haben die besten Predigten gehört, die jemals auf dieser Erde gehalten wurden. Sie haben unglaubliche Wunder gesehen und haben die große Liebe Gottes erfahren. Sie haben alles stehen und liegen lassen, um mit ihnen durch das Land zu ziehen. Alles schien gut zu laufen, bis es dann doch ganz anders kam, als sie es erhofft hatten. Jesus wurde verhaftet und getötet. Obwohl er es ihnen zuvor oft erklärt hatte, haben sie es nicht verstanden. Bis zu dem Tag, als er tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Einige Jahre später treffen sich die Gefährten wieder, um sich noch einmal an das Erlebte zu erinnern. Aber nicht nur für die Gefährten wird es eine Reise in die Vergangenheit. Die Musical Kids nehmen uns mit in die größte Geschichte der Weltgeschichte. Das Musical zeigen wir ab Karfreitag auf unserem YouTube-Kanal und unserer Internetseite. www.musical-kids.de Die Gefährten. Ein Musical, das es nur wegen der Corona-Pandemie gibt. Die Gefährten. Und es gibt auch gegen Verstöme. Die Gefährten. und es ist nur wegen der Corona-Pandemie gibt.